Wie die traditionellen Granny Squares häkeln Sie auch dieses moderne Granny Square mit Rippenkreis in Runden. Den inneren Kreis unterteilen Sie mit Reliefmaschen in vier Vierteln. Beginnen Sie mit sechs Luftmaschen, die Sie mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring schließen. In der ersten Runde häkeln Sie drei Luftmaschen, die als erstes Stäbchen zählen, und dann elf Stäbchen in den Ring. Schließen Sie die Runde mit einer Kettmasche in die dritte der drei Luftmaschen vom runden Anfang. Sie haben nun zwölf Stäbchen. Die zweite Runde beginnen Sie mit drei Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche wie die Kettmasche. In das nächste Stäbchen arbeiten Sie zwei Stäbchen, dann ein vorderes Reliefstäbchen um das nächste Stäbchen und ein Stäbchen in dasselbe Stäbchen. Wiederholen Sie dann drei Mal je zwei Stäbchen in die neue Stäbchen. Ein vorderes Reliefstäbchen um das nächste Stäbchen und ein Stäbchen in dasselbe Stäbchen. Beenden Sie die Runde mit einer Kettmasche in die dritte der drei Luftmaschen. Sie haben 24 Stäbchen. In der dritten Runde arbeiten Sie drei Luftmaschen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen in das folgende Stäbchen, ein Stäbchen in das folgende Stäbchen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen und ein vorderes Reliefstäbchen um das nächste Stäbchen. Häkeln Sie dann die Abfolge. Zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen in das folgende Stäbchen, zwei Stäbchen Stäbchen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen in das folgende Stäbchen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, ein vorderes Reliefstäbchen Stäbchen um das nächste Stäbchen, dann wiederholen Sie diese Abfolge noch zwei Mal. Beenden Sie die Runde mit zwei Stäbchen in das letzte Stäbchen und einer Kettmasche in die dritte der drei Luftmaschen. Sie haben 36 Stäbchen gearbeitet und können die erhabenen Linien langsam erkennen. In der vierten Runde arbeiten Sie drei Luftmaschen, ein Stäbchen ins nächste Stäbchen, zwei Stäbchen Stäbchen in das folgende Stäbchen, je ein Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen und ein vorderes Reliefstäbchen um das nächste Stäbchen. Es folgt diese Sequenz. Ein Stäbchen ins nächste Stäbchen, zwei Stäbchen in das folgende Stäbchen, je ein Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen, je ein Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen, zwei Stäbchen in das nächste Stäbchen und ein vorderes Reliefstäbchen um das folgende Stäbchen. Wiederholen Sie diese Sequenz noch zwei Mal. Beenden Sie die Runde mit einem Stäbchen ins nächste Stäbchen, zwei Stäbchen in das letzte Stäbchen und einer Kettmasche in die dritte der drei Luftmaschen. In dieser Runde haben Sie 48 Stäbchen gehäkelt und den Kreis in der Mitte beendet. In der fünften Runde beginnen Sie die eckige Form des Quadrats zu arbeiten. Schneiden Sie den Faden ab und setzen Sie die zweite Farbe mit einer Kettmasche in das erste der zwei Stäbchen vor einem vorderen Reliefstäbchen an. Arbeiten Sie eine Luftmasche, die nicht als Masche zählt, und eine feste Masche in dieselbe Masche wie die Kettmasche. Häkeln Sie dann eine feste Masche in das nächste Stäbchen, eine feste Masche in das vordere Reliefstäbchen, je eine feste Masche in die nächsten zwei Stäbchen und je ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen. Arbeiten Sie dreimal eine Luftmasche und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, so bildet sich die erste Ecke. Dann häkeln Sie die nächste Seite wie folgt. Eine Luftmasche, je ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen, je eine feste Masche in die nächsten zwei Stäbchen, je eine feste Masche in das vordere Reliefstäbchen, je eine feste Masche in die nächsten zwei Stäbchen, je ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Stäbchen. Arbeiten Sie die restlichen Ecken und Seiten ebenso und beenden Sie die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Sie haben 48 Maschen und 16 Luftmaschenlücken gearbeitet. Beginnen Sie die sechste Runde mit einer Luftmasche und einer festen Masche in dieselbe Masche wie die Kettmasche. Dann häkeln Sie je eine feste Masche in die nächsten sechs Maschen, eine Luftmasche, lassen eine Luftmasche aus und arbeiten ein halbes Stäbchen in das nächste Stäbchen und eine Luftmasche. Die nächste Luftmasche wieder auslassen. Für die Ecke häkeln Sie dreimal ins nächste Stäbchen ein Stäbchen eine Luftmasche. Dann arbeiten Sie die nächste Seite. Eine Luftmasche auslassen, ein halbes Stäbchen in das nächste Stäbchen, eine Luftmasche, eine Luftmasche auslassen, je eine feste Masche in die nächsten neun Maschen. Die restlichen Ecken und Seiten arbeiten Sie ebenso und beenden dann die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Sie haben 56 Maschen und 24 Ein-Luftmaschen-Lücken. wir jetzt sehr Vielen Dank.